Die Landwirte haben keine Lust mehr, ein Bauernopfer zu bringen. Es war nicht das erste Mal, dass sich jene, die für viele unserer Lebensmittelsorgen von Politik und Handel bedrängt fühlten. Mit viel Wut im Bauch blockierten sie im Dezember die Lagerhallen von Lebensmitteldiscountern. Denn die Preise für Schweinefleisch und Butter seien viel zu niedrig. Nach dem Willen von Discountern sollten diese aber noch mehr fallen. Und während Handel und Landwirte am digitalen runden Tisch darüber sprechen, war Birgit Stahmer-Johans mittendrin in Niedersachsen in Hude im Landkreis Oldenburg auf einem Bauernhof, auf dem die traditionelle Kuhhaltung nicht mehr das nötige Geld bringt. Damit sich eine 600-Kilo-Kuh freiwillig bewegt, braucht sie die richtige Ansprache. 160 Milchkühe leben auf dem Hof von Wilfried Wieting und seiner Familie. Dass jede ihre Eigenarten hat, weiß auch Auszubildende Sophia Sprock, drittes Lehrjahr. Man hat auch bestimmte Kühe, die haben bei uns auch schon ein paar Namen oder so. Also das gehört schon dazu, dass man so bestimmte Kühe ganz genau weiß. Und eigentlich kennt man alle Kühe so vom Seen. Aber hier ist es ja auch im Familienbetrieb, dann ist das ja sowieso eher mal so, dass man die kennt. Im Stall von Wilfried Wieting und seinem Sohn Dennis steht sogenanntes Fleckvieh. Eine für Norddeutschland eher ungewöhnliche Rasse. Die Tiere setzen viel Fleisch an und geben gleichzeitig jede Menge Milch. Pro Kuh so um die 34 Liter am Tag. Ums Melken kümmern sich bei den Wietings nicht die Mitarbeiter, sondern drei Melkroboter. Rund 160.000 Euro kostet einer. Eine Investition, über die Dennis Wieting lange nachdenken musste. Vor zehn Jahren, wo dieser Stall gebaut wurde, haben wir uns entschieden, weiterzumachen, wachsen. Mittlerweile sind wir an dem Punkt angekommen, wo das Wachstum nichts mehr bringt. Das heißt, wenn wir jetzt noch weiter wachsen, es bringt nicht mehr Erlös, nur dass wir immer noch mehr Arbeit bekommen. Täglich zwölf Stunden Stallarbeit und dann kommt noch nicht einmal der Mindestlohn für ihn dabei heraus. Darüber kann der Quieting sich aufreden. Schuld sei unter anderem der Milchpreis. 34 Cent hat er im Dezember für jeden Liter bekommen. Das war schon nicht kostendeckend. Und vermutlich sinkt der Preis noch weiter. Denn die großen Lebensmittelkonzerne machen offenbar Druck auf die Molkereien. Sie bestimmen den Preis, so der Landwirt. Der Verbraucher will mehr Tierschutz, mehr Tierwohl, Umwelt, klimaschonend sollen wir arbeiten. Und der Einzelhandel will immer günstiger. Geiz ist geil. Und da haben wir zu lange weggesehen. Wir hätten viel eher auf die Straße gehen müssen und sagen müssen, halt, stopp, bis hier und nicht weiter. Wir können nicht mehr. Kundschaft. Familie Wieting zieht auch Kälber auf. Ja, also hier sind ja die Kleinen. Heute sollen zwei von ihnen den Hof verlassen. Der eine, der ist von 23.12. Aufzucht und Verkauf von Kälbern bringen immerhin noch Geld, im Gegensatz zur Milch. 3,30 Euro pro Kilo. Also rund 260 Euro bekommt Dennis Wieting für ein Kalb. Auch für den Mist, der so anfällt, haben Dennis und Wilfried Wieting eine Lösung gefunden. Eine Biogasanlage. Stromproduktion als zweites Standbein, weil es bei der Milch eben schlecht läuft. Aus Sicht in Zukunft war uns eigentlich klar, wenn wir hier weiter produzieren wollen in Deutschland und die Klimaziele auch erreichen wollen, dann ist das gerade so eine Anlage, wie sie eigentlich sein muss, den Dunk und den Mist zu nutzen, um Energie zu produzieren. Und wichtig ist ja auch, dass ein Hofnachfolger, der heute 36 ist und der soll noch irgendwelche Investitionen tätigen, dann muss er das jetzt tun. Und nicht so wie ich, wenn er 59 ist, dann braucht er nirgends mehr auftreten, dass er dafür Geld bekommt. Morgen soll bei einem runden Tisch mit Handel, Politik und Landwirten über Hilfen für die Milchbauern gesprochen werden. Dass nun alles besser wird für ihn, das glaubt Dennis Wieting allerdings nicht. Vielen Dank.